Neues aus der Einkaufsstadt, heute haben wir mal beim Cineplex in Neumarkt, hier im Stadtquartier Neuer Markt und an meiner Seite ist jetzt Christoph Gumper, der Leiter des Cineplex. Der wird uns jetzt ein wenig erzählen, was zuletzt hier sich geändert hat, denn da gibt es doch einige Nachrichten. Ja, also wir haben im letzten Jahr hier einiges verändert bei uns. Wir haben in zwei Kinosälen ganz neue Projektoren, nämlich 4K-Laser-Projektoren in den zwei großen Sälen 4 und 5. Zusätzlich dazu haben wir nochmal 3D-Soundsysteme eingebaut mit zusätzlichen Deckenlautsprechern, damit das Filmerlebnis noch intensiver wird. Das gibt es dann auch im 4DX-Saal zu erleben, also haben wir das in drei von sieben Sälen jetzt noch nachgerüstet, dass es einfach noch intensiver wird als zu Hause. Dann haben wir im Eingangsbereich einiges neu gemacht. Wir haben eine LED-Wall installiert, wo ihr jederzeit Trailer anschauen könnt für kommende Filme. Das ist auch ganztägig zugänglich, da ist nicht mehr abgesperrt, weil direkt daneben haben wir neue SB-Automaten installiert, wo man dann den ganzen Tag über sich auch Tickets kaufen kann, wenn man sie nicht online buchen möchte. Und man kann dort auch jederzeit sich in aller Ruhe Kinosnacks aussuchen, jetzt für den aktuellen Kinobesuch an dem Tag, die man dann bequem an der Kasse abholen kann und nicht erst dort bestellen muss. Das kennt ihr vielleicht von gewissen Schnellgastronomien schon. Den neuen 4DX-Saal, den hat Herr Gumpert ja schon angesprochen. Ja, und den schauen wir uns natürlich jetzt auch noch ein bisschen genauer an und marschieren wir mal rauf. Ich weiß nicht, ob man es merkt, aber ich schwanke. Es ist früh am Morgen, wir haben noch nichts getrunken. Es liegt an unserem Sitz. Herr Gumpert, was geht hier ab? Ja, jetzt sind wir hier im 4DX-Saal, wo sich die Sitze dann passend zum Film immer bewegen. Jetzt im Moment ist das hier so ein Testmodus, wo wir einfach die verschiedenen Richtungen, in die der Sitz gehen kann, einfach einmal testen. Das kann im Film dann auch ein bisschen ruppiger, wilder sein oder auch mal so sanft, wie es jetzt gerade eben ist. Also ich stelle mir hier gerade den nächsten Fluch der Karibik vor. Der wird dann sehr authentisch rüberkommen, aber hier geht noch mehr. Ja, also wir haben hier noch zusätzlich Düfte, die aus den Sitzen kommen können und rechts und links im Saal gibt es noch Effekttraversen. Da kann mal Wind kommen, Wind mit ein bisschen Wasser noch. Und dann haben wir eine Seifenblasenmaschine, Schneemaschine, Nebel kann noch mit reinkommen, Strobolichter. Das ist einfach auch schön, passt zum Film. Wow! Und Sie haben es vorhin gesagt, im Prinzip kann ja jeder Film, der von Hollywood so geplant wird, mit sowas versehen werden. Ganz genau. Also wirklich für alle Altersklassen, auch vom Animationsfilm bis zum harten Horrorfilm ist hier alles dabei. Jeder mittelgroße Blockbuster ist hier zu sehen auch. Also 4DX-Kino im Neumarkt der Cineplex. Ihr wisst, Popcorn gut festhalten, Getränk gut festhalten. Die Halter sind hier extra tief und dann wünschen wir euch viel Spaß. Genau, viel Spaß machen.